und das ist ganz beeindruckend aus meiner sicht weil das sieht man in tiefstollen relativ selten sehen hier eine ehemalige bunkertür in dieses bauwerk gab es mehrere eingänge und auch ausgänge hier könnte man auch denken das ist eine gasschleuse rauchen verboten und hier haben wir noch eine alte inschrift leider nicht mehr zu erkennen ich kann nur noch trupp sehen und hier sehen wir noch verschiedene alte relikte und jetzt zeige ich euch das eigentliche highlight des bunkers herzlich willkommen zu einer neuen folge schlachtfeldbegehung wir haben heute hier einmalig die gelegenheit in einen verlassenen luftschutzbunker aus der zeit des zweiten weltkrieges zu gehen ich bin jetzt gerade alleine in dem bauwerk die anderen die hier schon die begehung gemacht haben die sind schon wieder nach draußen und ich nutze jetzt noch mal die gelegenheit mit der gopro durch zu gehen habe mich gerade schon ein wenig umgeschaut und eins kann ich euch auf jeden fall verraten leute das ding ist der absolute wahnsinn jeder der auf luftschutzbunker aus dem zweiten weltkrieg steht die etwas größer sind und nichts mit den klassischen hochbunkern zu tun haben der wird sich hier über dieses bauwerk freuen also wir sehen hier den eingang oder ein der eingänge der wurde letzte woche aufgebrochen und deswegen ist die stadt gerade dabei hier das bauwerk wieder zu verschließen diesmal auch endgültig das bedeutet wir haben hier die einzige oder die einmalige gelegenheit uns das bauwerk noch anzuschauen und hier zum beispiel sehen wir direkt ein relikt aus der damaligen zeit rauchen verboten original inschrift alleine das ist schon ein wow wert wir gehen weiter in das bauwerk hinein es geht hier immer leicht abschüssig runter ich würde sagen im winkel von ungefähr fünf bis sieben grad ist natürlich nicht ganz einfach das aufgrund des gefühls zu messen oder zu beurteilen hier liegt noch eine alte watthose rum und auch hier sehen wir rauchen verboten allerdings schon sehr stark von den auswaschungen im zement unkenntlich gemacht hier gibt es einen motorschutzstecker und zwar hat man hier eine wasserpumpe eingebaut damit man wenn man die begehung von offizieller seite macht dann auch trockenen fußes durchgehen kann ich selber heute hier eine watthose an und deswegen ist das ja auch kein problem so und wir sehen hier schon eine unterscheidung hier sehen wir quasi betonschalungen und hier ist der übergang zu spritzbeton das hat man in den 70er jahren gemacht um die statik zu erhalten damit dieser bunker dann nicht irgendwann zusammenbricht weil hier drüber sind wohnhäuser und das wäre natürlich sehr schlecht wenn dieser bunker dann entsprechend einbrechen würde wir sind jetzt ungefähr kniehoch oder knietief im wasser und sehen hier auf der linken seite eine das weiß ich gar nicht was man dazu sagen kann eine abtrennung ich denke hüft hoch ungefähr und hier scheint aushub eingebracht worden zu sein und hier seht ihr die versinterung und mittlerweile haben stalaktiten und stalakniten sich mehrfach getroffen ein wunderbares bild und das ist der blick in den bunker hinein man muss ein bisschen aufpassen weil diese kabel liegen noch auf dem grund und nicht dass ich hier noch reinfalle von da sind wir gekommen und hier sehen wir auch wieder etwas ganz besonderes und zwar sehen wir hier noch die stützbalken inklusive backsteine und das ist ganz beeindruckend aus meiner sicht weil das sieht man in tiefstollen relativ selten dass hier mit metallprofilen die decke abgestützt wurde das kennt man eher aus minen heraus oder von minen einmal im kreis gedreht wir gehen weiter in das bauwerk hinein hier sehen wir auch das metallgeflecht eingebracht wurde bevor der spritzbeton aufgebracht wurde der bröckelt hier so langsam auch ab und hier sind alte rohre die man hier verbracht hat und hier wird das wasser dann auch wieder flacher beziehungsweise endet dann komplett und hier sehen wir das jahr wann der spritzbeton aufgebracht wurde das war am 20.01.73 so das ist der blick zurück und dann sehen wir hier einen kleinen durchgang auch dieser wurde nachträglich zu betoniert und wir wücken uns ein wenig und sehen hier eine ehemalige bunkertür die aus den angeln gerissen ist gehen natürlich auch einmal hier in diesem bereich das hier ist die sogenannte gasschleuse und das müsste dann auch der ausgang sein der höchstwahrscheinlich dann auch zu gemacht ist genau das bedeutet auch hier sind damals die menschen bei luftangriff reingekommen sind durch diese tür durch diese luftschutztür rein waren dann hier in dieser gasschleuse die tür war geschlossen die wurde dann geschlossen das bedeutet man hat hier einen luftdichten raum und erst dann wurde diese tür geöffnet damit der unterdruck in dem bunker auch immer so groß war dass die luft von außen nach innen gegangen ist damit die gase nicht eintreten konnten und das ist ganz klassisch für die damalige zeit nämlich das glas mit diesen runden augen ich hoffe man kann es gut sehen wir gehen aber weiter weil die natürlich auch das bauwerk verschließen wollen und wir die nicht zu lange danach aufhalten wollen in dieses bauwerk gab es mehrere eingänge und auch ausgänge auch hier haben wir einen ehemaligen eingang der sicherlich auch eine gasschleuse hatte aber hier sieht man dann heute nicht mehr viel dann für das licht die durchreiche und einen anschluss wofür auch immer der war und wir gehen wieder zurück das ist noch ein schönes detail wir können hier die befestigung der beleuchtung sehen hier nochmal der blick in die gasschleuse inklusive der bunker tür und auch hier haben wir wieder wasser und wasser das eingetreten ist ja sauerstoff haben wir gerade schon getestet wir sind natürlich mit sauerstoffmessgerät reingegangen das ist hier tatsächlich an einigen stellen kritisch aber nicht lebensgefährlich aber man merkt es ich bin asthmapatient und an meiner atmung merkt ihr dass der sauerstoffgehalt gerade nicht ganz so hoch ist genau so schaut euch mal an wie weit es da nach hinten geht richtig groß da kommen wir her auch richtig weit und da gehen wir jetzt erstmal hin platz für ordner habe ich so auch noch nicht gesehen diese inschrift altdeutsche schrift und klassisch für die bunker die wände waren weiß angestrichen bis auf der untere bereich der war schwarz häufig war es dann so dass in diesen bereichen die bänke angebracht wurden damit die menschen sich bei luftalarm entsprechend auch hinsetzen konnten hier ist ein blindstollen das war häufig für kinderwagen etc auch hier die vorrichtung für die beleuchtung und hier haben wir noch eine alte inschrift leider nicht mehr zu erkennen ich kann nur noch trupp sehen ich guck mal ob man es hier also wenn wir das gemeinsam rausfinden leute das wäre ultimativ vielleicht kann es jemand lesen ich versuche es ein bisschen mit verschiedenen lichtern beziehungsweise beleuchtungen dann im kontrast auch zu verändern also wenn ihr das herausfindet was da steht wäre ich euch mega dankbar wie gesagt hier ist der blindstollen auch hier wieder platzverordner und hier geht es auch weiter also sie seht total verzweigt teilweise wurden hier auch wolle ausgebracht damit die menschen die hier drinnen waren natürlich in der nachkriegszeit die den bunker besichtigt haben sich nicht verlaufen aber ich bin ehrlich zu euch so groß ist er dann auch nicht dass man sich verlaufen könnte genau eine alte ein altes gefäß eine alte wanne auch sehr häufig in den bunker aus der zeit des zweiten weltkrieges sicher ein original relikt ob es direkt aus der zeit des luftkriegs war weiß ich natürlich nicht aber sicherlich ein relikt aus der damaligen zeit so hier auch wieder ein blindstollen da oben haben wir eine durch reiche für ein rohr sicherlich für sauerstoff feuchtigkeit da ist das genau habe ich euch gerade von erzählt da ist die wolle aber aus meiner sicht nicht notwendig und das was mir auch noch auffällt und hier haben wir auch noch mal schrift ich glaube das ist die gleiche schrift auch wieder trupp für ich hoffe ich hoffe hoffe dass wir gemeinsam herausfinden was da steht das würde mich sehr freuen hier könnte man auch denken das ist eine gas schleuse rauchen verboten auch hier rauchen verboten und hier sogar noch ein bisschen neonschrift und hier schaut mal leute eine wunderbare treppe komplett versintert die alten handläufe kann man noch angedeutet erkennen und hier sehen wir noch verschiedene alte relikte eine alte flasche schuhe glas sicherlich wenn man hier gräbt findet man noch einiges und hier haben wir eine alte treppe oder den rest der treppe das bedeutet dieser bunker geht also über verschiedene ebenen wo man reinkommen konnte und schaut euch das mal an also ich sehe jetzt gerade wir sind schon elf minuten in dem bunker rennen tue ich nicht aber wirklich langsam bewege ich mich auch nicht und da seht ihr da oben war auch ein eingang das bedeutet die idee dass da unten eine gas schleuse war die war schon mal richtig hier merkt man ganz klar den schlechten sauerstoff dann gehen wir mal lieber nicht ganz nach oben wie gesagt wir waren vorher mit dem gasfestgerät drin hatte kritische werte angezeigt keine lebensgefährlichen aber die luft ist definitiv ist hier dünn hier wird sie schon wieder langsam besser auch hier wunderschön oder schaut euch das mal ich mache mal ein bisschen dunkler wunderschön wir gehen den gleichen weg wieder zurück allerdings ein bisschen schneller rauchen verboten hier ist die gas schutzschleuse mit den beiden türen hier vorne sehen wir die wolle und da ist der gang hier ist der sauerstoff wieder super co2 etc haben wir auch kein problem gehabt oder faulgase waren hier nicht also ich bin überrascht gewesen wie teuer diese gasmessgeräte sind er hatte glaube ich eins für 5.500 euro von dräger mit ich wollte mir auch mal eins kaufen hat er dann gegoogelt und hat mich tatsächlich schwer getan überhaupt eins zu finden wahrscheinlich habe ich nach dem falschen gesucht multigas messgerät oder sowas hat er gerade gesagt ich weiß es leider nicht mehr ganz genau so hier ich denke mal für das grundwasser und hier übrigens gemauert gemauerte ziegel seht ihr das und hier haben wir wieder schalen beton komisches gefühl die sind nämlich schon dabei den bunker zu schließen und nicht dass ich gleich hier drin bleibe hier oben sehen wir noch die ehemalige leitungsführung man sieht das hier die haben es ja weiß überstrichen aber da wo etwas dran war beschlag sieht man dass sie mit der weißen farbe nicht dran gekommen sind hier ist sogar noch originales holz komplett original wahrscheinlich hatte man den rest damals abgerissen um es zu verfeuern weil brennstoff und rohstoffe in summe war natürlich entschuldigung mit dem licht schwer zu bekommen während des krieges aber auch natürlich nach dass nach dem krieg so sauerstoff wird wieder geringer ihr merkt das haben eine atmung aber einmalige gelegenheit leute das ding wird heute zu betoniert von daher nutze ich die gelegenheit und freue mich natürlich diesen bunker mit euch zu teilen und auf dem bodenschein so ein kerbung zu sein vielleicht waren ja auch maschinen drin aber das macht eigentlich keinen sinn für den klassischen luftschutzbunker aber trotzdem merkwürdig so wunderschön hier die versintung es sieht aus wie so und es ist sehr hart das ist nicht weich es ist richtig richtig hart und spitze wie so ein leben lebendiger baum schon krass jetzt kommt das eigentliche highlight vorher mache ich aber noch den abstecher nach links auch noch ein eingang auch mit doppeltüren auch das ist eine gasschleuse hier wir befinden uns jetzt in der gasschleuse das war auch ein ausgang nach draußen und hier sehen wir noch die originalen bunker türen allerdings komplett verrostet und jetzt zeige ich euch das eigentliche highlight des bunkers nämlich die versinterte treppe schaut euch das mal leute unfassbar oder komplett versintert und da gehen wir jetzt aber hoch auch hier das ist komplett hart das sieht wie aus meiner sicht also sieht mega reich aus es ist aber richtig richtig hart wie echter stein und hier auch wieder wunderschön oder komplett am schützen obwohl ich eigentlich fit bin aber das ist schon brutal auch hier wieder ein eingang und das ist der blick runter ein absolutes highlight wunderschön also ich kann nur jedem empfehlen der sich für bunker und solche bauwerke interessiert das nicht zu machen ohne jemandem bescheid zu sagen macht es immer mindestens mit zwei ja mit drei leuten achtet darauf wenn diese bauwerke offen stehen dass ihr hier irgendjemandem bescheid gesagt habt nicht dass so ein bauwerk verschlossen wird und ihr eingesperrt seid und niemand weiß wo ihr seid das wäre echt uncool ja und ansonsten genügend licht mitnehmen am besten auch wie gesagt nicht alleine kommen und da kann man das eigentlich machen also heute ganz offiziell mit erlaubnis der stadt und ein mikrofon pushtel hier oben drauf das ist jetzt nicht so professionell tut mir leid aber seht es mir nach ein bisschen wenig sauerstoff hier drin also die obligatorischen worte ich hoffe euch hat dieses bauwerk gefallen euch hat meine begehung gefallen wenn dem so ist lasst mir gerne ein abo da kommentiert fleißig und vor allem ist mir noch gar nicht aufgefallen schickt dieses video gerne auch an eure freunde und weitere interessenten damit dieses video einfach auch verteilt wird und an dieser stelle möchte ich mich wieder bei einem edlen spender bedanken dem chris fk chris fk an dieser stelle vielen dank für deine paypal spende ich bin dir sehr dankbar das hilft dir auf jeden fall zement und steine zu bezahlen weil das machen wir quasi selber dafür dass wir mit reingekommen sind und deine spende hat auf jeden fall dazu beigetragen dass ich die kosten nicht komplett alleine getragen habe also an dieser stelle vielen dank dafür und an alle die mein content feiern natürlich auch vielen dank und in diesem sinne würde ich sagen bin ich raus euer random live und ich drehe noch mal die kammer und zeige euch noch mal ganz kurz den gang aber dann ist auch wirklich vorbei in diesem sinne also leute das ist der eingang und die stadt ist gerade dabei hier mit schwerem gerät dann auch den eingang für immer zu verschließen und da muss ich einfach mal vorstellen mit welcher rohen gewalt hier gearbeitet wurde um diese tür hier zu öffnen das ist eine schwere panzer tür ich denke so 0,5 dürfte sie haben schwere schweißnähte und man sieht hier auf jeden fall die hebelspuren und jetzt wird der komplette eingang mit steinen versiegelt so dass man hier dann auch nicht mehr reinkommt das wollte ich euch noch kurz zeigen in diesem sinne ich bin raus euer random live bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.